Hallo, ich bin der Basti von Knorkator und ich wähle hier gerade die neue Scheibe von Ellie the Viertel. Sehr schönes Artwork und ich habe bei der Platte auch bei einem Song mitgemacht, allerdings habe ich da gesungen, nicht Gitarre gespielt. Ja, und ich muss dazu sagen, das ist eine sehr interessante Platte, sie ist sehr vielschichtig, sehr vielseitig, mit einem Haufen Leuten, die als Gastmusiker da mitwirken, unter anderem zum Beispiel Jerry Goodman, einer der bekanntesten Geiger aus der Jazzrock-Ecke, der in 70er Jahren beim Mara Vishnu-Orchester beispielsweise gespielt hat. Ich kann das nur jedem empfehlen, sich die Platte zu kaufen und in einer ruhigen Minute sich die Scheibe anzuhören. Es ist keine Radau-Musik, es ist schöne Musik und geht zu den Konzerten. Das wird bestimmt ein Erlebnis von der kleinen Tour, die Ellie jetzt macht. Die Termine findet ihr bei Ellie auf der Seite. Ich weiß sie jetzt nicht aus dem Kopf und in dem Sinne habt viel Spaß.